Vielen Dank. Wie ihr seht, finde ich Zigarettenrauch richtig, richtig toll. Und ich finde Rauchen richtig toll. Ich rauche selber nicht, weil es nicht gesund ist. Aber ich hoffe, dass ihr nach diesem Slam versteht, warum ich Rauchen so faszinierend finde. Und ich will noch ein bisschen mit etwas anderem vorher anfangen. Ich habe ja gerade eine neue Stelle angetreten. Und das geht, glaube ich, für uns alle. Wenn man so die Universität wechselt, dann hat man immer so richtig gute Ideen, was man machen will. Wir haben auch gerade gesehen, wie wichtig gute Forschung ist. Man hat ganz viele Ideen. Und das ging mir natürlich auch so. Und für das, was ich machen will, brauche ich natürlich eine ganze Menge an Sachen. Und zwar brauche ich ein Labor natürlich als Ingenieur. Und ich brauche einen Computer, mit dem ich viel rechnen kann. Das ist ganz wichtig für die Sachen, die ich mache. Also am besten so ein Cluster oder sowas. Und ich brauche natürlich viele Studierende, die ich mit ganz vielen agilen Methoden irgendwie in meine Forschung kriege. Und als ich meine Stelle angetreten habe, habe ich das bekommen. Das ist mein eigener Computer. Ich habe einen Schreibtisch bekommen. Ich habe einen Kugelschreiber bekommen und einen Block. Das war's. Mehr habe ich nicht gekriegt. Und damit soll man Forschung machen. Okay, aber das geht irgendwie. Mittlerweile ist der Block auch, habe ich nicht mitgebracht, habe ich schon aufgebraucht. Aber das, also wenn hier jemand von der DFG ist, alle Getränke gehen auf mich heute. Also das, kein Problem. Und ich möchte euch über Zigarettenrauch was erzählen, aber vorher fange ich mit einem anderen Thema an. Und zwar mit Schokolade. Ich habe Schokolade hier mitgebracht. Und ich habe unter den Slammys, warst du richtig, Slammys, habe ich auch schon welche verteilt. Und zwar Vollmilch und dunkle Schokolade. Und die schmeckt natürlich anders, aber die fühlt sich auch anders an im Mund. Was war der Unterschied? Ja? Genau, die dunkle war trockener. Und das liegt eben an Partikeln. Und zwar ist das so, wenn man Schokolade isst, schmilzt die Kakaobutter im Mund. Und was dann frei wird, ist das hier. Zucker, Milchpulver und Kakao. Und das sind kleine Feststoffe, die da drin sind. Das sind Partikel. Und an diesen Sachen forsche ich. Und die Hersteller malen diese verschiedenen Inhaltsstoffe unterschiedlich groß. Und deswegen fühlt sie sich im Mund anders an. Das heißt, die Größe dieser Teilchen hier bestimmt, wie sich das im Mund anfühlt. Und das ist genau das, was ich erforsche. Also auch für Schokolade. Bei mir, die Doktoranden kriegen viel Schokolade. Wie Partikeleigenschaften mit der Umgebung wechseln würden. Und das ist nicht nur für Schokolade wichtig. Das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn wir uns impfen lassen. Wir haben ja jetzt gelernt mRNA. Und mRNA ist ja mit Lipid umgeben zu Lipid-Nanopartikeln. Und der Trick mit diesen Nanopartikeln ist, die beschützen die mRNA, damit die dahin kommt, wo sie hinkommen soll. Und hier seht ihr von BioNTech, dass manche von denen in die Lunge gehen, von diesen Lipid-Nanopartikeln. Und manche gehen in die Milz. Und die, die wir jetzt haben, die sollen in die Milz, damit die Immunreaktion funktioniert. Und das mit dem Krebs, das wird ja auch von denen entwickelt. Das hat dann andere Organe zum Ziel. Und das wird einfach über die Größe dieser Lipid-Partikel bestimmt. Die Großen gehen eher in die Lunge. Und die Kleinen, die wir jetzt haben, die gehen eher in die Milz. Nur die Größe bestimmt, was passiert. Das ist genau dasselbe wie in der Schokolade. Und jetzt haben wir zwei Beispiele für Größe. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel hier. Sand. Und wir bauen wie die Weltmeister. Wir brauchen unglaublich viel Beton. Das sieht man hier. Und in dem ganzen Beton ist ganz viel Sand. Und wir brauchen unglaublich viel Sand. China hat in zwei Jahren so viel Sand verbraucht, wie die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Und wir haben ganz viel Sand. Aber wir können nur 5% von dem Sand, den wir haben, nutzen. Und das ist der Sand von Flüssen. Und da machen wir das gerade mit. Und das ist ein Riesenproblem. Und das liegt daran an der Form, nicht an der Größe. Der Sand aus der Wüste, von dem wir 95% des Sandes des Wüsten sind, können wir super nutzen. Und der ist so richtig schön rund und glatt. Und das Zement als Bindemittel haftet da nicht so gut dran. Und an diesen eckigen, an dem Flusssand haftet das perfekt. Beton wird richtig, richtig gut. Und ich versuche in meiner Forschung, den hier eckig zu machen. Damit wir an die anderen 95% rankommen, an die wir ran müssen. Man kann mit Partikeln auch ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel fürs Fernsehen arbeiten. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Dieser Film hat einen Disney, einen Oscar gekriegt für die besten Animationen. Und das liegt daran, die basteln das nicht, also die basteln das natürlich am Computer zusammen, aber Schnee am Computer, Partikel. So kleine Schneekristalle. Und Disney hat gesagt, das sieht bisher immer scheiße aus. Wir brauchen wen, der das gut kann. Dann sind sie zu UCLA gegangen. Das ist eine Universität, bei denen um die Ecke. Mit Leuten, die an Partikeln am Computer forschen. Und die haben das einfach zusammengebastelt. Und haben Disney dann entsprechend die Computersoftware gegeben. Und das ist ganz klassische Partikeltechnologie. Und den Film erkennt man, glaube ich, ganz, ganz gut. Gut, okay, was hat das jetzt mit Zigarettenrauch zu tun? Na, gar nichts. Aber Zigarettenrauch ist ganz, ganz wichtig, weil Zigarettenrauch sind kleine Teilchen in der Luft. Partikel, Aerosole. Tröpfchen, kleine Tröpfchen in der Luft sind auch Aerosole. Und Aerosole sind ja gerade Mittreiber der Infektionsketten, weil da sind ja die Viren drin. Und ihr habt ein extrem gutes Verständnis von Aerosolen. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist mein Schwager Kurt. Und Kurt raucht und ich nicht. Und deswegen wird Kurt immer von mir beobachtet und fotografiert. Und ihr kennt bestimmt auch Rauchis. Und wenn man jetzt hier so guckt, da können wir ganz, ganz viel lernen. Und zwar drei Sachen, die ich euch zeigen möchte. Erstens, wir sehen den Rauch. Ist jetzt nicht so spannend, aber ist tatsächlich sehr spannend. Zweitens, Kurt ist auf dem Balkon. Kurt raucht draußen. Warum? Und drittens, der Rauch geht in die Lunge rein und wieder raus. Warum? Okay, gucken wir uns das mal an. Das erste ist, wir sehen den Rauch. Klingt trivial, aber der Rauch ist so klein, wir dürften ihn nicht sehen. 300 bis 500 Nanometer. Können wir uns nicht vorstellen. Sehr klein. Das Entscheidende ist die Menge. Und zwar sind das so viele Teilchen im Zigarettenrauch, sind 100.000 bis 1.000.000 Teilchen pro Kubikzentimeter. Und alle diese Teilchen interagieren mit dem Licht und diese gesamte Interaktion, das sehen wir als Rauch. Wenn man jetzt ein bisschen weniger nimmt, in dieser Luft hier gerade sind 10.000 Teilchen pro Kubikzentimeter. Genau dieselben wie da. Es sind nur zu wenig. Wir sehen sie nicht, aber sie sind genauso wie das, was wir da sehen. Also die Menge erklärt uns, warum wir das Ganze sehen. Das zweite, was ich gesagt hatte, war, warum ist er draußen? Damit es nicht stinkt. Aber warum? Und zwar ist es so, Aerosole bewegen sich ganz, ganz anders, als wir das tun. Wir bewegen uns mit Schwerkraft. Wir sind Schwerkraftsanfällig. Aerosole sind das nicht, die sind zu klein. Und das ist auch der Unterschied zu den Tröpfchen. Die Tröpfchen, die beim Husten und Niesen rauskommen, sind so 100 Mikrometer. Da greift die Schwerkraft noch. Daher die anderthalb Meter. Für Aerosole gilt das nicht. Die sind zu klein nicht. Und, ähm, würdest du was sagen? Okay, Aerosole sind zu klein. Genau, wie bewegen sich Aerosole? Zwei Sachen sind ganz wichtig. Erstens, draußen, Aerosole bewegen sich durch Konvektion. Konvektion ist bewegte Luft. Deswegen ist er draußen. Wir sind da nicht so anfällig für, aber Aerosole sind extrem anfällig für Konvektion, für bewegte Luft. Und es kann sein, dass ich hier neben Kurt bin und ich rieche gar nicht, ich kriege das gar nicht ab, weil der Wind so stark ist, dass das alles weggeblasen wird, weil Aerosole dafür extrem anfällig sind. Deswegen belüften wir auch. Und das Zweite ist jetzt aber, wenn Kurt in den Raum geht, dann rieche ich das. Auch auf die Entfernung würde ich das riechen. Und das ist, weil Aerosole sich über einen anderen Effekt bewegen, nämlich Diffusion. Drinnen gibt es ja keine bewegte Luft oder nur ganz wenig. Und Diffusion ist sowas wie eine ungerichtete Eigenbewegung. Also Kurt oder ich als Erwachsene sind eher faul, groß, sitzen da. Und er hat eine kleine Tochter, Luisa, so zwei Jahre, und die diffundiert. Die flitzt die ganze Zeit einfach in irgendeine Runde, einfach aufgrund ihrer Größe. Und genau das machen diese Zigarettenteilchen, wenn Kurt in einen Raum geht. Und genau das kennen wir aus unserem Alltag, und das sieht man hier auch. Das ist hier mal simuliert. Und da sieht man einfach, wie einer sitzt und raucht. Aber der Trick ist, okay, danke, er raucht gar nicht. Der Computer kann sichtbar machen, auch ohne Rauch, was wir hier nicht sehen, weil die Konzentration zu gering ist. Und wir wissen aber, was wir sehen, aber wir rauchen. Ganz normales Atmen der Aerosole. Und jetzt muss ich mich beeilen. Die dritte Frage. Warum kommt der Rauch aus der Lunge? Und das hat mit der Abscheidung der Aerosole zu tun. Und zwar ist es so, das ist ungefähr die Größe der Zigarettenpartikel, so 100 bis 400, 500 Nanometer, irgendwo da. Und alles, was kleiner ist, diffundiert ganz, ganz extrem. Das ist Luisa, also flitzt irgendwo rum. Und alles, was viel diffundiert, wird sehr schnell abgeschieden. Geht in die Lunge, diffundiert, knallt irgendwo gegen, kommt nicht mehr raus, bleibt einfach da. Das heißt, alles, was hier kleiner als Zigarettenrauch ist, geht nicht in die Lunge. Luisa geht nicht in die Lunge. Und bei Kurt und mir ist es so, wir sind zu groß. Und der Mund hier ist so ein 90-Grad-Winkel. Also alles, was zu groß ist, ist zu faul, hier einmal um die Ecke zu bleiben. Alles hier hängt, geht auch nicht in die Lunge. Und genau das nutzen wir bei unseren FFP2-Masken aus. Das sieht man nämlich hier. Hier sieht man, wie die Effizienz so einer Maske, und alles, was hier kleiner als Zigarettenrauch ist, ist wie Luisa. Und das diffundiert gegen diese Fasern. Die Fasern haben P-O, aber kommt einfach nicht durch, wegen der Diffusion. Und alles, was größer ist, ist zu faul. Und die Fasern sind ja überall. Und es hat keine Lust, den Fasern auszuweichen. Und die einzige Größe, die halbwegs durch diese Masken durchkommt, ist Zigarettenrauch. Und dafür kann ich euch eine gute Nachricht geben. Haben wir noch ein paar andere Tricks in der Maske. Und das seht ihr hier. Die kommen auch nicht durch. Und deswegen, FFP2-Masken ist mit das Beste, was wir machen können. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, dass ihr ganz viel über Verhalten von Aerosolen und Schutzmechanismen wisst. Und wenn nicht, habt ihr was über Schokolade gelernt. Danke. Das war für euch der Mann, der in seiner Forschung versucht, runde Sandkörner eckig zu machen. Zami-Zalami. Zami-Zalami. Ja, ja, ja.